Hallo zurück bei der Sims 4 Decades Challenge Part 201 und wenn ihr vielleicht genau hinguckt, dann seht ihr, dass irgendetwas anders ist heute. Wir befinden uns am gleichen Ort, wir haben die gleichen Leute, allerdings hat die Hälfte sich schon vom Staub gemacht. Mary Grace ist noch da und Kotori ist jetzt unser Hauptcharakter. Mary Grace ist jetzt auch gegangen, das heißt wir sind mit unserem Haushalt alleine und ich habe vor, jetzt so ein paar Parts mal mit Kotori zusammen zu spielen. Das haben wir ja noch nie gemacht, denn es wird Zeit für ihn, einen Partner zu finden und eine Familie zu gründen. Wir haben hier eigentlich... Sein Bruder wird das nicht angezeigt. Die sind beide auch schon recht alt, die werden beide demnächst... Ja, wie heißt es? Erwachsene, richtige Erwachsene. Und hier... Genau, Bruder ist da tatsächlich angezeigt. Ansonsten wollte ich mal gucken, Little Bird wohnt auch bei uns und das ist tatsächlich unsere Cousine. Und Tigrilla wohnt auch bei uns, mit der sind wir nicht verwandt, aber die ist schon ziemlich alt. Okay. Ich bin mal gespannt, wie umsetzbar das hier wirklich ist. Ähm... Ja, wir werden jetzt einfach mal so lange mit Kotori spielen, bis er... ...ne Familie gefunden hat oder jemanden gefunden hat. Und er hat irgendwie auch irgendwelche Probleme. Äh, vielleicht ziehst du dich mal um. Was hast du denn noch so für Outfits? Irgendwas Schönes? Zieh doch das mal an. So, ihm ist langweilig. Ich weiß nicht... Vielleicht könntest du dir auch ein Hühnchen grillen. Ein Würstchen oder so. Ich möchte mich jetzt auch gar nicht so großartig um... Ah ja. Wir haben sogar zwei Lagerfeuer. Um die ganze Familie kümmern, sondern hauptsächlich wirklich um Kotori. Und... Ja, einfach mal gucken. Jetzt möchte ich aber ganz gerne... Wir haben hier... Ähm... Was ist denn mit der Verwand? Das ist auch eine Cousine von uns. Genau. Ähm... Noch so ein paar Bekannte. So. Ich habe hier eine Gruppe erstellt, wo alle jungen Erwachsenen, mit denen Kotori so abhängen könnte, zusammengefasst sind. Und wir werden einfach mal hier so eine... ...ne Gruppenversammlung starten, damit die zu Besuch hierher kommen, wir ein bisschen Zeit mit denen verbringen und vielleicht die ein oder andere nette Person kennenlernen können. Ähm... Genau. Wie gesagt, ich habe gesagt, ich hoffe, das klappt so mit dem... mit dem Hungerstillen, aber das scheint alles hier möglich zu sein, die... die Bedürfnisse zu befriedigen. So. Da haben wir doch schon... ...eine interessante Person. Wie heißt du? Pocahontas. Okay. Genau. Da könnten wir doch schon mal Pocahontas kennenlernen. Oh. Oh. Vielleicht ist sie ja auch ganz nett. Dann lernen wir die einfach mal kennen. Ah, da ist doch noch jemand. Du... Na, Koma. Auch eine Süße. Ich würde sagen, wir lernen die einfach beide jetzt mal so ein bisschen kennen. Ich habe natürlich jetzt Kotobis Bruder hier, ähm... Robert auch in die Gruppe eingefügt, weil die beiden sind einfach allerbeste Kumpels. Das sieht man jetzt nicht so unbedingt, aber... Ähm... Genau. Vielleicht finden wir für ihn... Ups. Das ist gefährlich. Für ihn ja sogar auch noch jemanden. Oh. Muss so gelöscht werden oder so? Nee, ist alles gut. Jetzt hat hier allerdings dieser... ...nette Junge uns so ein bisschen verdrängt. Aber vielleicht, ähm... Kann er uns ja auch weiterhelfen, Kukum. Dass wir einfach... Ja, vielleicht so um die Ecke so ein bisschen näher an diese Mädels da rankommen. Dass er uns so ein bisschen Insider-Tipps geben kann. Oh, was hast du denn hier? Ein Objekt stehlen. Das ist aber nicht so nett. Techtelmechtel in einem Zelt haben. Ja, das wünsche ich dir auch. Glas-Augen-Barsch-Überraschung ist ein beliebtes Camping-Rezept. Wenn du eine hohe Kochfähigkeit verfügst, kannst du dir das Gericht... Ach, okay. Deshalb kam das, weil wir hier... Alles klar. Das wäre ja ganz geil, wenn wir eigentlich jetzt mit Kotori hier gar nicht hier wohnen würden, sondern in der Umgebung, wo man Kräuter sammeln kann und so. Aber gut, eigentlich wollte ich jetzt gar nicht so viel Zeit hier mit dir verbringen. I don't know. Ich wollte eigentlich gerne mit den Mädchen reden und ich versuche es einfach nochmal. Vielleicht können wir eine Gruppengeschichte erzählen von einem verfluchten Schiff. Da haben wir ja vielleicht... Weiß ich nicht. Vielleicht erzählen wir mal hier allen. So, wunderbar. Jetzt sind wir wieder Alleinunterhalter, sowie... Ah, vielleicht haben wir keinen Mülleimer. Das könnte sein. Nach Briefkasten sieht es ja auch nicht aus. Vielleicht müssen wir da nochmal ein bisschen was zufüllen. Vielleicht brauchen wir auch noch ein zweites Zelt. Ich bin mal gespannt. Also, es ist auf jeden Fall sehr spannend hier alles. Okay. Die meisten kommen schon mal. So wie Louise, meinte ich, bei ihrem Geburtstag hat sie ja auch eine Geschichte erzählt. Ähm, Robert, möchtest du vielleicht... Huch! Mal kurz hier ein Feuerchen machen, damit die Geschichte auch nicht so lame kommt? Du solltest so eine Geschichte erzählen noch, Kotori. Also, er tut sich noch sehr schwer. So mit... Generell... Mit allem. Singfähigkeit. Okay, er möchte lieber ein Ständchen bringen. Das ist ja auch... Vielleicht solltest du dafür noch üben besser. Ich hätte ganz gern, dass du eine Geschichte erzählst. Für die ganzen Gäste, die hier sind. Ähm... Also, ich glaube, was für Kotori jetzt, ähm... Ja, dabei rausgekommen ist... Übrigens habe ich die beiden Mädels von... Ähm... Von... Oh Gott, wie heißt sie denn? Von Ruthie umgestylt. Die sehen jetzt wunderbar süß aus. Ähm... Okay, da haben wir schon auch die richtige Zuschauerschaft. Pocahontas, hör zu. Vielleicht möchte die uns ein bisschen besser kennenlernen. Es geht auch nicht ins Bett, Kotori. Hahaha. Okay. Oh, sie ist romantisch. Okay, alles klar. Ich hoffe, sie ist auch Single. Ist sie denn Single? Vielleicht sollten wir das mal klären, bevor wir uns hier... ... auf irgendein Glatteis begeben. Das weiß ich nämlich nicht. Oh Gott, also singen müssen die alle noch üben. Ich hoffe, dass es bei dem... ... wie viel auch immersten Gruppentreffen dann irgendwann, ähm... ... besser abläuft, das Ganze. Sie ist Single tatsächlich. Das ist ja schon mal wunderbar. Wie sieht's denn mit dir aus? Können wir da denn das Gleiche von behaupten? Oder... Vielleicht möchte Robert ja auch beide mal kennenlernen. Ich weiß gar nicht. Ja, so richtig. Politik, Karriere, ach du spinnst doch. Tratschen. Okay, beide Single. Wunderbar. Also vielleicht könnte jeder von beiden hier, ähm... ... ja, da mal... ... was wollte ich eigentlich sagen? Ich könnte jeder von beiden eine davon bekommen. Ähm... Aber wie ihr seht, Robert ist ja auch, ähm... ... nicht nur Indianer, beziehungsweise amerikanischer Ureinwohner. Und da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, in welche Richtung wir da mit ihm gehen wollen. Eigentlich ist er ja natürlich hier aufgewachsen mit uns. Und, ähm... ... fühlt sich da vielleicht dann so ein bisschen... ... mehr zu... ... hingezogen oder damit identifiziert. Aber das schauen wir mal. So. Wir unterhalten uns auf jeden Fall so ein bisschen. Aber so richtig zu irgendwas führt es nicht. Ich glaube... Ach, ich weiß nicht. Wen will ich denn lieber? Vielleicht sollten wir wirklich einfach... Oh, wer ist denn Jared? Das ist traurig. Haben wir hier denn irgendwie so... ...Urnen und so stehen? Okay, das sind jetzt echt so die ganzen Indianer... ...die hier früher gewohnt haben mit uns, glaube ich. Aber wo sind denn ihre Urnen hin? Keine Ahnung. Ähm... Ja, vielleicht sollten wir die... ... alle so ein bisschen kennenlernen, um zu gucken, welche Merkmale denn besser passen. Dazu wäre natürlich so eine Unterhaltung über Interessen auch ganz gut. Das schadet ja eigentlich nie. Da könnte man... Ja, eine tiefgründige Unterhaltung ist... Oh nein! Oh nein, oh nein! Damit er nicht ganz in der Vergessenheit gerät, sollten Freunde und Verwandte seine Urstädte besuchen... ... und versuchen, seine Verbindung zur physischen Welt zu stärken. Sie können auch seinen Geist erwecken und auf persönliche Weise um die Bescheid... Ach du Scheiße! Oh nein, das ist ja furchtbar! Das ist ja auch ein blödes Timing gerade. Ich, ähm... Vielleicht sollte ich ihn da mal besuchen zu Hause. Shit! Ähm... Ja, das Ding ist nämlich... Ihr braucht euch keine Sorgen, Mann. Ich hab die Alterung ausgestellt, solange wir bei Kotori sind, weil wir... Die Alterung möchte ich nur spielen, wenn wir wirklich auch bei der Hauptfamilie sind. Ähm... Gut und romantisch und sie... Da kennen wir jetzt noch nicht so viel, vielleicht sollten wir sie dann auch mal kennenlernen. Ähm... Ja... Deswegen... Die Alterung geht nicht weiter. Aber das mit dem Geist, das macht mir jetzt schon ein bisschen Sorgen. Ich möchte natürlich nicht zurückkommen und dann William einfach nicht mehr wiedersehen. Oder noch schlimmer... Auch aus dem Stammbaum entfernt sehen. Weil das fände ich tatsächlich... Ah... Wirklich eine mittelgroße Katastrophe. Okay, sie ist fröhlich. Ich gucke nochmal ganz kurz. Weil... Okay, ansonsten hat sie jetzt hier nichts getan. So, da seht ihr nämlich die beiden nochmal. Ähm... Beide blonde Haare tatsächlich. Und ich hab ihr jetzt hier die Frisur gelassen und sie hat hier so ein bisschen Zäpfchen bekommen. Das finde ich ganz süß. Dann haben wir eine mit Locken und eine ohne. Aber sie haben beide nicht Ruthies rote Haare bekommen. Das heißt, ähm... Wir bleiben da Grace eigentlich treu. Beziehungsweise, das kommt ja jetzt hier von Jonas. Aber natürlich hat ja Ruthie auch die Gene. Deswegen bin ich mal gespannt, ob Louise dann vielleicht rothaarige Kinder bekommt. Und das war ja sicherlich auch nicht das letzte Mal für Ruthie. Deswegen... Besteht da ja noch eine Chance. So. Ähm... Was ich mir für Kotori allerdings auch vorstellen könnte, dass er nicht so konventionell jetzt hier in diesem Kreis bleibt. Er möchte sich halt jetzt erstmal so ein bisschen umschauen und einfach Leute kennenlernen. Weil er einfach das Bedürfnis hat, eine Familie zu gründen. Und, ähm... Genau. Deswegen... Ach so, sie ist noch Teenagerin. Deswegen hat sie jetzt auch hier so einen Aggro-Anfall. Manchmal werde ich so wütend, dass ich nicht mehr weiß, was ich machen soll. Wie soll ich denn mit anderen Dingen fertig werden, wenn ich nicht mal mich selbst unter Kontrolle halten kann? Ja, mach... Mach Sport. Geh mal ausreiten oder eine lange Wanderung oder so. Okay. Super. Dann haben wir jetzt hier auch wieder mit Teenagern rumzukämpfen. Sie hat noch nicht so viel Verantwortung. Auch vor allem nicht. Sie hat ein bisschen emotionale Kontrolle. Aber das passt ja auch, finde ich, ganz gut. Ach, guck mal. Ist das ihre Mutter? Ist doch nicht ihre Mutter, oder? Doch. Ach, Tata, das ist ihre Mutter. Ah, dann ist das wohl eine angeheiratete Tante von Kotori. Alles klar. Verstehe. Dann macht das auch Sinn. Okay. So. Ja, Kotori ist müde und geht ins Bett. Das ist um die Uhrzeit auch okay. Robert ist auch schon schlafen gegangen. Ich glaube, die Mädels... Können da jetzt nicht mehr dazu, oder? Bin ich mir nicht sicher. Doch, sie kann da auch noch rein. Und was ist mit dir? Könnt ihr da alle? Oh, super. Dann würde ich jetzt hier die Versammlung beenden. Wir haben ja schon nicht so richtig viele Punkte jetzt gesammelt, aber... Ja, okay. Haben wir da Punkte gesammelt, oder hat man sowieso 100? Keine Ahnung. Ja, dann schauen wir mal und warten einfach den nächsten Tag ab. Ja, das war eigentlich auch fast schon der Part. Ich habe noch eine Sache vor mit Kotori. Natürlich möchte ich jetzt mit ihm so viele Leute wie möglich kennenlernen. Vielleicht machen wir auch nicht immer jetzt so ein großes Treffen, weil... Ich kann mir auch mal einen Ausflug machen mit nur einer Person, oder... Ja, keine Ahnung. Hat er... Hat er jetzt noch mehr rausgefunden? Sie ist fröhlich, auf jeden Fall. Und... Sie ist gut und romantisch. Das sind ja auch schon mal... Ja, ich... Butterfly. Oh, die ist verheiratet. Schade. Aber es ist auch meine Cousine, okay. Also auch nicht so förderlich. Alles sind irgendwie hier meine Cousinen. Ich hatte doch hier eben auch noch eine. Keine Ahnung. So. Robert ist auch ein bisschen irre, habe ich so den Eindruck. Robert möchte gern etwas pflanzen. Vielleicht heißt das, dass wir einfach mal so einen kleinen Ausflug machen zusammen. Mh. Oder können wir hier irgendwo was finden, was wir ernten können? Ich würde ja... Ich glaube es ja ehrlich gesagt nicht. Da, guck mal. Hier. Dann ernte mal die Zitronen. Hier ist sogar noch was. Wir ernten einfach mal alles, was wir hier so finden können. Ähm. Ah, okay. Weil er das bestreben hat. Und was hast du denn? Ah, okay. Couture hat das gleiche bestreben wie... Wie Louis. Das ist ja auch ganz süß. Aber irgendwie kommen wir damit trotzdem nicht weiter. Wenn sie jetzt beide erstmal sammeln gehen. Aber wir müssen ja auch ein bisschen Abwechslung reinbringen. Und können nicht den ganzen Tag immer nur uns... Mh. Okay. Katzen-Video-Dreherin. Okay. Na klar ist das dein Job. Ist ja logisch. Ich glaube, ähm... Gartenfähigkeit... Warum streitet ihr euch denn? Hört doch auf! Wie ist das bitte, seine... Was? Sieht so aus, als gäbe es momentan nicht mehr zu ernen. Aber warum seid... Hä? Hört doch auf, euch zu streiten! Seid ihr doof? Entschuldige dich sofort bei deinem Bruder. Hitzkopf, okay. Also Kotori hat auch wohl nicht so die besten Merkmale erwischt. Wie geht's dir? Eigentlich ganz gut. Du könntest... Vielleicht fleißig sein. Du pennst noch. Du könntest danach hier den Bürstchen grillen. Kann man nicht hier mehr grillen? Wieso denn nicht? Es brennt doch, meine Güte. Okay, ihr seid irgendwie gerade nicht so gut aufeinander zu sprechen. Ich glaube, ähm... Vielleicht... Ich lasse ihn mal hier seinen Job kündigen. Weil das gefällt mir nicht so gut, dass er den hat. Hört jetzt auf zu streiten, ihr Doofköpfe! Ich glaube, das ist, weil Kotori gerade irgendwie... Ja, so ein bisschen frustriert ist. Ich meine, guck mal, er hat seinen Vater verloren. Und, ähm... Ja, aufgeben. Ah, guck mal, da können wir noch was sammeln. Ähm... Ja, ich weiß nicht. Das ist halt... Die haben ganz schön viel Geld. Deswegen brauchen wir auch gar nicht arbeiten. Kriegen sie ja von der... Keine Ahnung. So, dann hier bitte auch nochmal... Käfer wäre natürlich auch geil. Nochmal... Ach man, das ist voll doof. So, und jetzt, weil Kotori so wütend ist, glaube ich, möchte er ganz gerne... Ähm... Ich möchte erst mal hier... Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein! Lösch das! Kotori, komm schnell! Oh nein, verbrennt die? Stopp! Warte, warte, warte! Merkt ihr das nicht? Ist sie so alt und senil schon? Ich fasse es nicht. Komm doch, hören, löscht das! Nee, nicht sitzen! Na, super klasse! Also, ich muss gleich erstmal einen Mülleimer besorgen, sonst, ähm... Ja, wunderbar! Dankeschön! Ich wollte gerade was essen! So, und zwar grill ich mir jetzt trotzdem hier noch ein Würstchen. Ich möchte nicht, dass die ganzen Geister schwinden. Das ist ja grausam. Warum bist du so wütend? Und... Hier, grill dir ein Würstchen. Ähm... Kannst noch was dazufügen. So, ich möchte, genau, jetzt mit Kotori, weil er sich irgendwie nicht so wohl fühlt und so ein bisschen verlassen fühlt, weil er sich jetzt auch mit seinem Bruder gestritten hat, vielleicht sucht er dann jetzt noch was anderem. Es geht ihm so ein bisschen nicht aus dem Kopf, dass da seine... seine Cousinen und sein Cousin da waren gestern und dass er ja eigentlich noch ein anderes Leben gehabt hätte. Nein! Ach, wieso denn? Wieso kam das denn vorher nie und auf einmal schwinden die alle auf einmal? Na ja, auf jeden Fall geht ihm das nicht mehr so aus dem Kopf und er möchte halt, ähm, vielleicht wissen, was er so für ein Leben gehabt hätte, wenn er denn doch bei seinem Vater groß geworden wäre, wenn das okay gewesen wäre. Und, ähm, das wollen wir dann im nächsten Part mal herausfinden. Ich, ähm, ja, werde jetzt den Part beenden. Die Zeit ist nämlich rum. Wir schauen jetzt Kotori vielleicht noch beim Ess zu. Ich besorge dann offscreen einen Mülleimer und entsorge hier den Müll schon mal. Und dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei wart. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder, wenn wir weiter schauen, ob Kotori sein Leben in den Griff bekommt. Bis dann!